Hallo liebe Freunde, hier ist Eimel Staud mit einem Look Machine Update Video zur Version 1.2.0. Wir haben ein paar sehr schöne Veränderungen an der Oberfläche der Look Machine vorgenommen, die ich euch natürlich alle gleich detailliert zeigen werde. Und es gibt auch einen neuen Algorithmus, den wir hier eingeführt haben. Aber zunächst will ich euch mal zeigen, wie man an das Update rankommt. Es passiert zwar nur selten, aber ab und zu kommt dann doch mal die Frage, wie kriege ich denn eigentlich das Update downgeloadet? Ganz einfach, guck mal hier. Du gehst einfach in das Palettenmenü der Look Machine und sagst über die Look Machine. Hier, zack. Und hier in der Mitte gibt es Webshop besuchen. Dann, wenn ihr hier was gekauft habt, habt ihr auch ein Konto. Klickt einfach oben auf das blaue Männchen und auf mein Konto. Sucht euch hier meinen Namen oben und ladet euch einfach die Version runter, die ihr gekauft habt. Also entweder das Bundle oder die normale Version. Ich klicke jetzt mal auf das Bundle. Dann sehen wir die Factory Looks. Da hat sich nichts geändert. Die braucht ihr nicht runterladen. Aber hier, Look Machine 120, könnt ihr hier herunterladen. Und dann habt ihr es in ein paar Sekunden. Gut, dann schauen wir uns mal die Veränderungen an. Ich habe jetzt extra mal hier einen alten Screenshot reingemacht. Jetzt sehe ich aber gerade, dass ich hier ein bisschen schon rumgespielt habe. Und das muss ich jetzt, glaube ich, alles mal löschen hier oben. So, weg damit. Genau, jetzt ist es wieder in Farbe. Okay, pass auf. Das sind die alten Buttons. Guckt es euch an. Also ihr habt es ja auch bei euch selber im Photoshop noch, weil das Update habt ihr ja noch gar nicht. Und so sehen halt die Buttons früher aus. Und vor allen Dingen diese drei Buttons hier, die waren eigentlich total sinnlos. Also dieser Mülleimer, weil, habt ihr ja eben gesehen, wenn ich was löschen will, nehme ich einfach die Delete-Taste. Dann neutrale Farbquadrate einfügen und eine neutrale Analyse einfügen. Ist alles unnötig, weil das kann man auch mit Bordmitteln so machen. Dafür braucht man keine extra Knöpfe. Und hier hatten wir noch einmal eine Verlaufsumsetzung einfügen von der Zwischenablage aus. Und hier oben Farbquadrate für die Analyse. Und hier noch einen Messwerte korrigieren Knopf. All das gibt es jetzt auch noch, aber alles ein bisschen anders. Okay, guck mal. Hier oben. Ich habe jetzt hier mal eine automatische Analyse von diesem Bild gemacht, so damit hier auch oben eine Analyse drin ist. Wir haben jetzt hier oben drei Knöpfe. Einmal haben wir Messwerte korrigieren. Da hat sich nichts geändert. Der hat genau die gleiche Funktionalität wie vorher. Also hier kann man sehen, was man für Farben eingemessen hat, was sie für tatsächliche Helligkeiten haben. Kann sie hier verändern und so weiter und so fort. Das könnt ihr natürlich dann im Manual sehen, wie das funktioniert. Das brauche ich euch jetzt nicht nochmal zu sagen. Dann kann ich hier Farbquadrate einfügen. Wenn ihr wissen wollt, was das für Knöpfe sind, dann guckt ihr einfach immer unten hier in den Tooltip. Das kann ich natürlich jetzt, ich muss natürlich mit der Maus da drüber bleiben, kann euch das da unten dann nicht zeigen. Aber sobald ihr eben mit dem Cursor über einem Button seid, kriegt ihr unten einen Tooltip. Und da steht ja sowieso drin, was das ist. Gut, wir können also hier Farbquadrate einfügen und wir können eine Verlaufsumsetzung einfügen. Jetzt wisst ihr auch, warum das eben hier alles schwarz-weiß war, weil ich das nämlich schon mal ausprobiert habe. Okay. Und genau die gleiche Funktionalität haben wir auch hier unten jetzt. Das heißt, dass jetzt die Zwischenablage zur Analyse gleichwertig ist, was die Bearbeitung angeht. Und das war mir sehr wichtig, weil das total nervig ist, wenn ich dann nochmal eine Information über die Analyse haben möchte, die in der Zwischenablage drin ist. Aber da bin ich ja gar nicht herangekommen. Das war überhaupt nicht möglich. Und jetzt können wir hier unten genau dieselben Buttons verwenden für die Zwischenablage. Okay. So, und jetzt gibt es hier einen neuen Button. Und zwar, das ist jetzt ein Button, ein Austauschbutton. Und da werde ich jetzt mal das Bild wechseln. So, gehen wir mal einfach auf ein normales Bild. Das ist ein Bild ohne Look. Okay. Weil ich möchte jetzt ein bisschen rumspielen. Jetzt zeige ich euch erstmal die erste Funktion von diesem Button. Der ist nämlich, wie setze ich denn eigentlich die Look Machine zurück? Das kann ich normalerweise nicht. Und das ist jetzt eigentlich ein bisschen doof, weil, warte mal, ich setze das mal hier zurück. Ich mache mal eine automatische Analyse. Und tausche jetzt mal mit diesem Button das aus. Und sagen wir mal so, ich will jetzt an diesem Bild arbeiten, habe aber vorher in anderen Bildern gearbeitet. Und jetzt sind hier oben irgendwelche Analysen drin, die ich gar nicht mehr sehen will. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht, dass in der Zwischenablage irgendeine Analyse drin ist, außer einer neutralen. Wie setze ich denn jetzt eigentlich die Look Machine zurück? Dafür gibt es nämlich keinen Button. Also auf den Werkszustand sozusagen, auf den Zustand, wie wenn ihr Photoshop öffnet. Wie setze ich das denn zurück? Das ist ganz einfach. Zuerst geht der hier auf Zurücksetzen oben, sodass hier keine Analyse drin ist. Und wenn ihr jetzt auf diesen Button klickt, dann tauscht der die Zwischenablage mit der Analyse aus. Da wir jetzt aber keine Analyse haben, wird einfach eine Standardanalyse genommen, nämlich eine neutrale. Das heißt, neutral heißt immer 0, 50, 100. Okay? So, jetzt kann ich die da oben nochmal löschen und dann haben wir jetzt quasi den Werkszustand. Dann gibt es ja auch oft Situationen, zum Beispiel wenn man Farbstöche entfernen will, das zeige ich jetzt quasi gleich auch nochmal, dass ich hier oben eine neutrale Analyse drin haben möchte. Da gibt es ja zwei Wege für. Entweder halte ich die Alt-Taste gedrückt und klicke auf Start. Dann habe ich hier eine neutrale Analyse drin, oder wenn hier keine drin ist, kann ich einfach die von hier unten da oben einfügen. So geht das auch. Also wenn ich jetzt quasi im Startzustand bin von der Look Machine, das heißt, wenn ihr Photoshop gestartet habt, habt ihr ja unten eh eine neutrale Analyse drin, dann könntet ihr die gleich da oben einfügen, beziehungsweise ihr setzt das eben so zurück, wie ich es euch gezeigt habe. Okay? Gut, dann mache ich jetzt nochmal eine automatische Analyse von diesem Bild. Und jetzt möchte ich mal auf so eine kreative Anwendung von diesem Knopf kommen, weil der hat ja auch seinen Sinn. Warum soll ich denn eigentlich mit diesem Knopf die Zwischenablage mit der Analyse tauschen? Das zeige ich euch jetzt, was das für einen Sinn macht. Weil wenn ich zum Beispiel Kopieren nehme, dann seht ihr, dass jetzt beide Analysen gleich sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier einfüge, dann passiert rein gar nichts, weil es zwischen diesen Analysen ja keinen Unterschied gibt. Okay? Also immer ganz wichtig, wenn man mit der Look Machine arbeitet, wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Analysen oder der nur sehr klein ist, dann sehe ich auch nur einen sehr kleinen oder gar keinen Effekt. Ich lösche das jetzt nochmal und mache das Ganze jetzt nochmal. Also ich setze das ganze Ding so zurück, dass ich hier unten eine Neutralanalyse habe. Jetzt habe ich ja die automatische von eben, die hatte ich ja noch in der Zwischenablage. Jetzt ist die hier oben drin. Okay? Und genau so wollte ich das ja eigentlich auch haben. So, jetzt tausche ich das nochmal aus. Das heißt, dass ich die Analyse von diesem Bild jetzt in der Zwischenablage habe. Normalerweise würde ich jetzt zu einem anderen Bild wechseln und dort die Analyse als Look eintragen. Jetzt vergleichen wir aber mal ein Bild mit sich selber. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben eine neutrale Analyse drin habe und hier unten die Analyse von dem Bild, was passiert dann, wenn ich die einsetze? Ich verdopple den Farbstich. Und diese Technik kennt ihr schon. Da habe ich euch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man Farbstiche entfernt beziehungsweise verdoppelt. Genau das ist diese Technik. Das bedeutet, ich sage jetzt der Look Machine, pass mal auf, die Analyse von diesem Bild, die sieht so aus. Die ist neutral. 0,50,100 und die Analyse, die ich darauf anwenden will, die ist 0,39,96. Das heißt, hier bei 0 und 96 ist sie sehr ähnlich, obwohl das Weiß einen leichten Farbstich hat. Aber den kann man, glaube ich, außer Acht lassen. Aber die Mitteltöne, die sind ganz anders. Die sind weder grau, hier ist ja eine richtige gesättigte Farbe drin, noch ist der Mittelton 50. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Mittelton vom Bild, der ist 50, aber die Analyse, die ich jetzt hier einsetze, also die Zwischenablage, die ich hier einsetze, die verändert jetzt das Bild auf 39 und diese Farbe. Das heißt, das Bild wird stärker gesättigt und es wird dunkler. Und jetzt kann man in diesem Moment, wo wir jetzt das Bild mit sich selber verglichen haben und dann quasi den Effekt, der in diesem Bild drin ist, verdoppelt haben, dadurch kann man erst mal sehen, was ist denn hier für ein Farbstich in dem Bild, falls man das nicht weiß. Manchmal sieht man das ja nicht. Und zweitens könnte ich den Farbstich auch für einen Look benutzen, indem ich ihn einfach verstärke. Jetzt schauen wir doch mal, was jetzt bei A passiert. Da haben wir ein bisschen mehr Kontraste im Hintergrund. Bei B sehen wir jetzt gar keine Helligkeitsveränderung mehr. Aber wir haben jetzt in die Mitteltöne und Lichter diesen Farbstich ganz sanft eingefügt. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Guck mal, jetzt habe ich das hier und jetzt fehlt mir so ein bisschen Sättigung, so ein bisschen Licht, so ein bisschen Lebendigkeit in dem Bild. Und mit dem Modus B und bei C müsste das auch ähnlich sein. Ja, da ist kaum ein Unterschied. Bei C sind da noch mehr Orangetöne in den Lichtern drin. Damit könnte man das Bild einfach quasi mit wenigen Klicks sehr viel lebendiger machen. Und dann haben wir hier einen neuen Button, der jetzt in diesem Zusammenhang nicht so einen Riesensinn macht. Aber ich kann ihn ja trotzdem mal klicken. Das ist einfach der L-Modus. Das heißt, das ist der Luminanz-Modus. Und der Luminanz-Modus ist identisch zum Null-Modus, aber keine Farbe. Also nur Helligkeit. Also damit, aber das jetzt bei dieser Technik hier zu verwenden, macht es glaube ich nicht sehr viel Sinn. Was jetzt Sinn macht, ist zum Beispiel hier auf B zu gehen und das Bild dadurch lebendiger zu machen. Und was man nicht vergessen darf, und das ist jetzt dann die nächste Neuerung von der Oberfläche, dass man das auch invertieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Invertieren-Knopf klicke, dann habe ich das Bild jetzt neutralisiert und im Grunde so, also jetzt im ersten Moment denkt man, ja, das ist jetzt ein Blaustich. Finde ich auch nicht schlecht. Sieht auch ziemlich cool aus, oder? Ich mache mal hier an und aus. Finde ich auch ziemlich gut. Das heißt, dass man sich so eine Variant, so eine Variation anschauen kann von seinem Bild. A, verdoppel ich erstmal den Farbstich oder setze ihn nur sanft ein mit dem Modus B, dann invertiere ich den und dann schaue ich mal, was passiert. Und jetzt ist auch noch was Neues passiert, nämlich dieser Invertieren-Button, der ist nämlich jetzt blau-schwarz. Das heißt, früher war der einfach schwarz-weiß und wenn ich draufgeklickt habe, war er weiß-schwarz. Aber ich konnte mir einfach nicht merken, was ist denn jetzt der Status, wenn der an oder aus ist? Wie sieht denn das dann aus? Das konnte ich mir nicht merken. Und in Zukunft ist es einfach so, wenn ihr da draufklickt und der an ist, dann ist der eben blau-schwarz. Also er hat also eine leichte, sanfte Farbe bekommen. Ich wollte jetzt hier auf orange und rot und sowas verzichten, damit das nicht so ein Eye-Catcher ist. Also schwarz-weiß ist einfach aus und blau-schwarz ist einfach an. Ich glaube, das kann man sich jetzt einfach besser merken, oder? Finde ich ganz gut. So, jetzt haben wir eigentlich schon diesen Austausch-Button ganz schön verwendet und jetzt gucke ich mal, ob wir da noch eine Anwendung für finden. Ich gehe jetzt nochmal auf den Modus 0. Eigentlich ist das immer ganz gut, mit 0 anzufangen, weil dort gibt es ja eigentlich keinen Ausgleich. Das heißt, dort werden halt die Werte 1 zu 1 übertragen und nicht irgendwie durch irgendwelche Algorithmen verfremdet. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen einfach hier oben in diese neutrale Analyse und normalisieren die. Einfach um mal zu zeigen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier oben diese Analyse verändere. Was ist der Unterschied zu vorher? Das heißt, jetzt haben wir nicht mal 0, 50, 100, jetzt haben wir 15, 50, 85. Das sind die Normalisierungswerte, wie wir sie hier im Palettmenü in den Voreinstellungen finden. Die könnt ihr ja selber verändern, diese Werte. Gut, dann machen wir das mal und jetzt klicke ich hier nochmal auf die 0 und wir sehen jetzt, oh wow, das ist jetzt aber ein Kontrastanstieg. Dadurch, dass ich jetzt hier oben diese Analyse flacher gemacht habe, werden eben diese Werte, die ja hier 0 und 96, die sind ja stark an den Idealwerten dran. Dadurch werden jetzt hier die Kontraste verstärkt. Das, wie soll ich das sagen, ist manchmal nützlich und manchmal ist es weniger nützlich. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Kontraststeigerung ohne Farben. Das heißt, dass es dann Ganze dann so aussieht. Okay, ich wiederhole das nochmal an einem anderen Bild, sonst ist es ja ein bisschen langweilig, weil vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu kompliziert gewesen für den einen oder anderen. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also, ich tausche die Zwischenablage aus, habe jetzt hier unten eine Neutralanalyse drin und wenn ich jetzt hier zurücksetze, das wäre quasi mein Status, wie ich, wenn ich Photoshop starte, wie die Look Machine aussieht. Das heißt, jetzt kann ich hier von Anfang an anfangen. Dann mache ich hier eine automatische Analyse. Ich kann natürlich auch eine manuelle machen. Ja, ich mache jetzt nur automatisch, weil ich gerade keine Lust habe, Messpunkte zu setzen. Gut, jetzt tausche ich die aus mit diesem Austausch-Button. Das heißt, hier unten ist jetzt die Analyse von dem Bild drin. Hier oben ist eine Neutralanalyse drin und dann füge ich die einfach ein und habe dadurch den Farbstich normalerweise verdoppelt. Aber da ich jetzt hier im Modus L war, sehe ich das nicht. Gehe ich mal in den Modus 0 und jetzt sehe ich halt die Verdoppelung des Farbstiches beziehungsweise wenn ich ihn umkehre, wenn ich diesen Farbstich umkehre, dann habe ich den Farbstich rausgerechnet. Das wäre jetzt diese Technik. Okay? So, das ist der Farbstich verdoppelt. Das ist der Farbstich rausgerechnet. Immer dann, wenn ihr einen Farbstich rausrechnet, sieht im ersten Moment das Bild falsch aus. Das heißt, das sieht jetzt aus, als hätte es einen Gelbstich, aber in Wirklichkeit ist das Bild eigentlich neutral. Okay? So, mit Farbstich, ohne Farbstich und dann kann man nochmal hier den Modus B versuchen. Der macht dann eigentlich ein sehr schönes Bild, einen sehr schönen Look auf dieses Bild drauf, wie ich finde. Und dann kann man nochmal ausprobieren, wie sieht denn das aus, wenn das umgedreht ist. Ja, aber ist ja dadurch nur neutralisiert. Gut, das wäre jetzt der Austauschbutton. Ich glaube, da habe ich jetzt genug drüber gesagt. Jetzt müssen wir uns noch mit dem L-Button auseinandersetzen. Jetzt wollen wir uns mal genauer den L-Button, also den Luminanzmodus von der Look Machine anschauen. Ich habe darüber schon ein längeres und detailliertes Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt da oben. Da gibt es dann auch schon die neue Version von der Look Machine, obwohl die da ja noch gar nicht erschienen war. Und ich will das jetzt nicht so detailliert machen, ich werde jetzt aber nochmal dieselben Bilder verwenden. Und zwar ursprünglich geht es darum, dass man zwei Bilder in der Helligkeit vergleicht und zwar objektiv, das heißt nicht mit manuellen Messpunkten oder irgendwie Pi mal Auge, sondern dass man eine objektive Methode hat. Diese objektive Methode, die stellt uns Photoshop nicht zur Verfügung. Das gibt es als Photoshop Funktion nicht. Wozu auch? Weil dieser Fall, dass man zwei Bilder in der Helligkeit vergleicht, der ist relativ selten. Das heißt, wenn ihr die automatische Analyse von der Look Machine benutzt, da habt ihr quasi eine statistische Methode. Hier werden die Histogramme ausgewertet und zwar von den tiefen Mitteltönen und Lichter. Es gibt also drei Berechnungen, wo quasi ein statistisches Mittel ermittelt wird über ein Bild und dann habt ihr quasi einen objektiven Wert. Okay? Also insofern man diesen Algorithmen vertraut, hat man einen objektiven Wert, den man da mit einem anderen Bild vergleichen kann. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Die Bilder, die man vergleicht, die müssen sehr ähnlich sein, sonst macht das keinen Sinn. Und zwar solltet ihr euch wirklich dann dieses andere Video anschauen, weil da philosophiere ich dann ein bisschen über den Sinn von dieser ganzen Geschichte. Hier kann man das machen, also hier ist zum Beispiel ein Bild oder sagen wir mal so, das ist ja am gleichen Strand zur gleichen Zeit, drei Minuten Unterschied, aber das eine Bild ist halt irgendwie heller bearbeitet, das andere irgendwie ein bisschen dunkler oder es ist auch anders belichtet von der Kamera, wie auch immer, wenn man so einen Automatikmodus drin hat. Jetzt will ich die beide ausdrucken, an die Wand hängen und möchte jetzt, dass da die gleiche Abendstimmung ist und sage jetzt mal, okay, ich möchte jetzt, dass das obere Bild, das ja heller ist, möchte ich jetzt, dass das so dunkel ist, wie das hier unten. Das könnt ihr ja dann mal ausprobieren mit Photoshop-Mitteln und es gibt ja quasi nur eine einzige Technik, mit der man zwei Bilder vergleichen kann, wenn man jetzt mal gleiche Farbe bei Bild oben vergisst, weil das absoluter Mist ist, das funktioniert überhaupt niemals. Es gibt nur eine Methode, wie man zwei Bilder vergleichen kann und die funktioniert irgendwie nicht. Also bleibt uns nichts anderes als die Look Machine übrig und da legen wir doch mal los. Also erstmal werde ich das Ganze hier wieder auf den Ursprungszustand bringen, setze das mal zurück und jetzt haben wir hier unten eine neutrale Analyse drin. Gut, wenn wir jetzt ein Bild auf das andere angleichen wollen, fangen wir am besten immer, weil es einfacher ist, mit dem Quellbild an. Das Quellbild ist eben diese Helligkeit oder diese Dunkelheit möchte ich jetzt auf das andere Bild übertragen, also fange ich eben mit diesem Bild hier unten an. Ich mache einfach eine automatische Analyse und dann tausche ich die einfach aus. Okay, das heißt, ich hole mir jetzt die automatische Analyse, hole ich mir jetzt hier in die Zwischenablage, gehe in das obere Bild, mache dort auch eine automatische Analyse und bevor ich jetzt hier irgendwas mache, gehe ich erstmal auf den Modus 0 hier, weil ich möchte erstmal mit 0 anfangen, um zu sehen, was passiert. Okay, weil das ist quasi der ungefilterte Modus, hier sehe ich genau, was jetzt hier eigentlich passiert und jetzt setze ich einfach hier oben die Analyse von hier unten ein. Zack. Und jetzt gibt es natürlich einen starken blauen Farbstich, weil guckt euch die Analysen an, also am besten guckt man sich die Mitteltöne an, hier sind sie naja, braun könnte man das nennen oder orange und hier sind sie blau. Das sind die Mitteltöne von der, von dem Bild hier unten. Das ist einfach der statistische Mittelton und oben haben wir einen anderen statistischen Mittelton, einfach eine andere Farbe. Da wir jetzt aber gar nicht die Farben angleichen wollen, weil die sind ja schon relativ gleich, wir wollen nur die Helligkeit angleichen, gehen wir einfach hier auf den L-Modus und hätten jetzt relativ schnell eine ähnliche Helligkeit hergestellt. Natürlich muss man sich immer wieder sagen, jedes Bild und sogar jeder Ausschnitt von dem Bild, wenn ich den rauskopiere, ist ein eigener Kosmos mit eigenen Verhältnissen in den Luminanzen und mit eigenen Relationen in den Farben untereinander und deswegen ist es unheimlich schwer, Bilder miteinander zu vergleichen, aufeinander anzugleichen. Das ist niemals hundertprozentig. Und jetzt ist es eben so, dass man hier ein Bild hat, wo die Sonne sich hier im Wasser spiegelt und so und jetzt habe ich das aber alles hier unten abgedunkelt, obwohl das schon relativ dunkel war. Das war jetzt nicht das Ziel. Wenn man das jetzt wirklich gut machen will, das zeige ich auch in diesen anderen Videos, dann macht man sich Masken von den Himmeln, analysiert auch nur die Himmel und tauscht dann auch dort die Helligkeiten aus und dann ist es ziemlich exakt. Ich kann jetzt hier mal reinzoomen und da werden wir sehen, dass sich das schon ganz gut angeglichen hat, es ist aber nicht hundertprozentig gleich. Was mich ein bisschen wundert, weil bei vielen anderen Versuchen fand ich das ziemlich ähnlich, aber hier habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz gleich ist. Aber guck mal hier, wenn man sich jetzt hier auf den orangenen Himmel guckt, das ist schon relativ gleich. Ich habe das jetzt durch das Zoomen aus dem Zusammenhang herausgenommen von dem übrigen Bild und dadurch kann man dann eigentlich besser die Helligkeiten vergleichen, wenn diese beiden Bildausschnitte ziemlich ähnlich sind. So, jetzt können wir mal hier oben reingehen und mal ausmachen, dann seht ihr, so sah das vorher aus und so sieht das jetzt aus und das ist schon ziemlich gut, wie ich finde und das könnt ihr ja mal mit Photoshop-Mitteln versuchen. Wie gesagt, es gibt keine objektive Methode, ihr könnt es nur Pi mal Daumen machen, ist ja in der Regel auch okay, aber man wird das so nicht erreichen in der Form. Wie gesagt, wenn man quasi bei diesen beiden Bildern hier nur den Himmel analysiert und dann die Helligkeit austauscht, dann wird es richtig gut exakt. So habe ich es jetzt einfach mal auf eine schnelle Art und Weise gemacht. Das wäre jetzt also die Anwendung oder eine Anwendung des L-Buttons, also immer dann, wenn ihr die Farbe nicht verändern wollt, sondern nur die Helligkeit, dann könnt ihr diesen L-Button verwenden. So, wir sind eigentlich schon durch. Ich habe euch schon alle Buttons und alle Neuerungen gezeigt, allerdings kann man natürlich mit diesem Austausch-Button hier noch viel, viel mehr machen. Das wird sich dann einfach zeigen, wenn man komplexere Sachen macht, zwischen Bildern hin und her geht, wie praktisch das manchmal ist, wenn man jetzt diesen Button hat. Okay, jetzt will ich euch noch eine einen lustigen Fehler zeigen. Das ist natürlich jetzt kein Fehler der Look-Maschine, weil wenn die jetzt noch irgendeinen Bug hätte, den ich kenne, dann würde es den jetzt nicht mehr geben, weil wir den natürlich behoben hätten. Klar, aber es ist eine Sache, die ist mir jetzt beim Rumprobieren immer wieder passiert und ich habe immer wieder ein paar Minuten gebraucht, um diesen Patzer zu finden. Pass mal auf, ich möchte jetzt mit diesem Bild nochmal alternative Looks probieren, das heißt ohne jetzt mal hier reinzugucken in den Ordner, mache ich den einfach mal aus und habe jetzt wieder mein neutrales Bild, jetzt mache ich einfach mal eine manuelle Analyse, also ich klicke jetzt hier in meine angezeigten Bereiche hinein, natürlich nehme ich jetzt hier einen Hautton, das ist ja ein, also für die Mitteltöne einen Hautton, weil das ja ein Portrait ist, hier die Lichter und habe jetzt hier meine Analyse und möchte jetzt einfach mal irgendeinen anderen Look ausprobieren, also klicke ich jetzt mal auf, was nehmen wir denn mal, nehmen wir mal Forgie Night, hä, okay nehmen wir mal Sunset, hm, oder Green Magenta, passiert einfach nichts, warum passiert denn hier nichts, eigentlich hätte man das schon gleich sehen können, weil in dem Moment, eben war nämlich diese Gruppe noch zu und in dem Moment, wo ich auf den ersten Look geklickt habe, hat die sich automatisch geöffnet, der Look wurde in einen schon bestehenden Look Ordner, den es hier schon gab, weil dieses Bild habe ich nämlich mit der Look Machine bearbeitet eingefügt, das heißt, das ist eine Sache, die mir jetzt relativ oft passiert, seitdem ich die Look Machine benutze, ich mache einen Ordner aus, weil der ist ja jetzt unsichtbar, das heißt, ich kann ja jetzt die Änderungen, die jetzt in diesem Ordner hier gemacht werden, gar nicht sehen, ich wusste das aber auch gar nicht, dass in meinem Look Ordner diese Gruppe drin ist von der Look Machine, klar, wenn ich mit der Look Machine einen Look einsetze, guck mal, jetzt öffnet der sich wieder, dann benutzt die Look Machine immer einen vorhandenen Ordner, wenn ich einen zweiten Look verwenden will, dann muss ich natürlich die Shift-Taste halten und dann sehe ich auch plötzlich einen neuen Look, okay, das ist mir jetzt immer wieder passiert, dass ich natürlich für Tutorils immer hier diesen Look Ordner ausblende, dann ist da aber schon einer drin, dann wird der verändert, aber man kann ihn nicht sehen, weil hier der Oberordner davon ausgeschaltet ist, also wenn ihr jetzt viel mit der Look Machine arbeitet, dann schaut euch dann vorher doch mal an, ob im Dokument schon ein Look Ordner vorhanden ist, weil vielleicht will man ihn gar nicht ändern, sondern will einen zweiten haben, dann muss man halt einfach die Shift-Taste hinzunehmen, also entweder hier unten oder auch beim Einfügen kann man auch die Shift-Taste nehmen und seht ihr, dann ist hier noch ein neuer Ordner entstanden, allerdings habe ich jetzt hier ziemlich ein Mist gebaut, also gehe ich einfach mal auf F12, um mein Bild wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Gut, ich hoffe euch gefallen die Updates, dann ladet das doch mal runter, probiert das aus und wenn ihr Lust habt, das würde mich sehr freuen, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie für euch diese Updates sind und da können ja dann auch Hinweise für uns drin sein, wie wir die Look Machine weiterentwickeln. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, euer Eimt Stott. Eimt Stott